Argon Balance. Einfach ganz leben. Dr. Med. Franziska Rubin. Sieben Minuten am Tag. Endlich gesünder leben. Gelesen von Franziska Rubin. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Ein Wort zuvor. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, cool, Sie sind dabei. Wir sind sozusagen ein Team für die nächsten Wochen. Das freut mich. Ich verspreche, es wird nicht schwer, sondern es wird leicht werden. Sie brauchen nur Ihren Willen, einen Track anzuhören und dann maximal sieben Minuten, um etwas Neues auszuprobieren. Jeden Tag. Dabei ist es egal, an welchem Wochentag Sie beginnen. Zuerst erzähle ich Ihnen kurz, wie dieser Tipp in mein Leben gestolpert ist oder warum ich ihn ausgesucht habe. Die meisten basieren nämlich auf eigenen Erfahrungen oder aber überzeugenden und teilweise brandneuen Studienergebnissen, die nachdenklich machen oder auch mal witzig sein können. Die meisten Dinge, die Sie zum Umsetzen der Tipps benötigen, haben Sie wahrscheinlich eh zu Hause und werden vermutlich nicht lange suchen müssen. Und falls Sie doch mal etwas Spezielleres benötigen, finden Sie im beiliegenden Booklet eine Shoppingergänzung für die Einkaufsliste der neuen Woche. So geht's. Unter dieser Überschrift gibt es die praktische Anleitung zu dem Tipp, den Sie am heutigen Tag ausprobieren. Hören Sie sie kurz an und starten gleich oder bauen den Tipp zu der Tageszeit ein, für die er vorgesehen ist. Das bringt's. Jeder Tipp macht etwas Besonderes, etwas anderes mit unserem Körper oder Geist. Was und wie das passiert, erfahren Sie hier. Lassen Sie sich überraschen von dem Wissensschatz, der hinter vielen Tipps steht und Hinweise geben kann, ob ein Rezept für Sie persönlich besonders hilfreich sein wird. Das Wichtigste bleibt aber, Sie tun es einfach. Sagen Sie nicht gleich, oh nö, das kann ich nicht. Denn diese Tipps, die kann jeder und Sie lernen etwas dazu, jeden Tag und ab sofort. Im schlechtesten Fall können Sie dann bei der nächsten Cocktailparty-Diskussion über Gesundheit pro Pfund mitreden. Im besten Fall fühlt sich vieles gut an und bereichert Ihr Leben. Jeden Tag und damit mit großer Wirkung. So, und jetzt kommt das Beste. Sie brauchen nur sieben Minuten. Stellen Sie sich ruhig den Wecker und brechen Sie ab, wenn Sie mögen, falls ein Tipp länger dauert. Aber machen Sie auch länger, wenn es sich gut anfühlt. Das ist Ihre Entscheidung. Sie benötigen wirklich nur die sieben Minuten, um den Kern zu erfassen und sich eine Meinung zu bilden. Hopp oder Topp. Ankertag. Und dann wären wir auch schon bei den Tagen, die immer auf sieben Tage mit sieben Tipps folgen. Diese Tage nenne ich Ankertage. Das besagt, dass diese Tage Zeit geben zum Wiederholen und zwar von den Tipps, die Ihnen am besten gefallen haben aus der letzten Woche oder sogar aus den Wochen davor. So können Sie Ihre Favoriten in Ihrem Gehirn verankern, bis sie Ihnen zur Gewohnheit werden. Vermutlich stellen Sie dann nach einigen Wochen fest, dass Sie manche Tipps schon in Ihrem Alltag übernommen haben. Oder, dass sich unbewusst, aber merklich etwas verändert hat. So, und jetzt geht's los. Ein Tipp nach dem anderen, die Stoppuhr stets gestellt. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß und noch mehr Erkenntnisse. Sie werden das Richtige und Wichtige für sich finden. Was Ihnen nicht gefällt, das streichen Sie einfach schwamm drüber. Wenn Sie diese sieben mal sieben Minuten Tipps stoisch durchziehen, wird danach vieles in Ihrem Leben anders sein. Und zwar besser. Versprochen. Tja, Hand aufs Herz oder Lupe auf die Leber. Wer von uns denkt nicht nach sommerlichen Partys oder weihnachtlichen Schlemmerwochen, mal ab und zu mit einem kleinen Anflug eines schlechten Gewissens, er hätte vielleicht seiner Leber ein bisschen zu viel zugemutet. Der Hausarzt des Vertrauens- und Gesundheitsportale unterrichten ja, dass Frauen nicht mehr als 0,2 Liter Wein und Männer unfairerweise bis zum Doppelten am Tag trinken sollten. Klingt eigentlich nach viel, wer aber abends regelmäßig gern sein Gläschen Wein schlürft, der weiß, dass die Menge schnell erreicht ist. Was die Leber außerdem nicht mag, ist Rauchen, zu viel Essen, manche Medikamente und Viren. Neben Empfehlungen zum maßvollen Lebensstil bietet die Naturheilkunde ein paar wirkungsvolle Methoden, um die Leberfunktion... ... ... ... ...